Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 6, immer noch mit Zockerhandy! Und Missfortuna Epi! Wir müssen jetzt ganz schnell machen, weil Missfortuna schon gedrückt hat. Ich hab aus Versehen einen Timer gedrückt. Ich hab mir jetzt Verteidigungsstufe 1 und ruhige Handstufe 1, das sorgt dafür, dass ich ein bisschen weniger Schaden kriege und ruhiger, also besser ziehen kann. Und Missfortuna hat sich auch was gekauft. Ich hab mir Verteidigungsstufe 1 gekauft und, das sieht man jetzt nicht, ich hab mir noch Verbesserungen des Scharfschützen-Zielfernrohrs auf eine Stufe ranzoomen. Äh, irgendwas gekauft. Jo. Okay, so. Ich kann gar nichts drücken, oder? Ich kann auch nichts drücken. Doch, jetzt kann ich. Okay. Und im letzten Part haben wir festgestellt, dass Aayla eine böse Foot ist. Echt jetzt mal, die hat die alle fertig gemacht. Aber ich versteh trotzdem nicht, warum Chris und Pierce nicht getroffen wurden. Ja, ne? Naja. Hm. Oh. Ich möchte das auch haben. Das ist ein Flammenwerfer. Ach, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart, ne? Jetzt sind wir wieder... Anführungszeichen Gegenwart. Ja. Warum haben wir davon eigentlich nichts mitbekommen? Was ist aus Ada Wong geworden? Sie erinnern sich. Captain? Wo ist sie? Sie ist die Anführerin von New Umbrella. All diese Terrohre... Ist sie in dieser Stadt oder nicht? Sie wurde mehrmals gesehen, seit die Angriffe begonnen haben. Ja, sie ist hier. Oh. Rache. Rache. Geben sie das Kommando zum Bitch-Slappen. Ich will auch so'n Schal. Oh. Ich rufe gleich mal bei Capcom an und frage die, wo sie den Schal her haben. Und ich finde den echt. Ich mag den. Ich mag auch den Charakter von Pierce. Mag ich eigentlich. Naja, ich sag mal, so viel Charakter haben wir noch nicht gesehen. Das ist halt ein junger Soldat, der halt seinen Dingsbums. Der schwul ist. Das ist doch der einzige Grund, warum du mich beschützt, Pierce. Das gibt's doch zu. Spätestens, wenn da Chris einen mal richtig schön an den Arsch packt, wissen wir, was Sache ist. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ähm, ich gucke auch gerade schon. Ach so. Okay. Ab in zwei, ja. Ab in die Ruinen. Ja, in die Ruinen. Gib mir deinen Flammenwerfer, los. Komm, wir schießen mal auf seinen Tank auf den Rücken. Der sieht aus. Street Fighter Resident Evil 5. Gerade hat nicht funktioniert. Resident Evil 5? Hä? Wo wir diesen Kampf hatten, wo wir auf letzter Not gerade noch den Kampf geschafft haben. Ähm. Mit diesem komischen Wurmvieh. Wo wir keine Munition mehr hatten. Mensch, es ist drei Tage lang. Ich erinnere mich jetzt echt nicht. So viel zum Thema komisches Wurmvieh, oder? Wolltest du mir damit was sagen? Nein. Ich meine wirklich das Vier. Oh Gott, was war denn das für... Das war eine Schlange. Genau. Ich hab's gesehen. Ganz genau. Das Mäuschen. Wie sagt meiner los und versteckt sie in der Ecke? Los. Ihr geht. Ich bleib hier. Ich muss... Ich hab plötzlich Bauchweh. Ich kann nicht mehr gehen. Ich folge dir. Ah, Kios, hast du lustig. Das ist... Komm mal mit. Komm mal mit. Das ist so lustig. Warte, ne, wo bist du? Hier, da bist du. Ich bin vor dir. Warte mal. Hoffentlich geht das. Das ist so lustig. Warte noch nicht machen, ich komme. Nein, willst du jetzt rutschen? Ich kletter grad unter dem Klettergerüst durch. Warte. Warte. Ich warte, ich warte, 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 warte auf mich, warte auf mich. Nicht machen. Ich hab schon. Oh. Oh, wieso konnte ich denn hier nicht draufklettern? Kannst... Doch, du kannst doch von da. Ah, jetzt so. Ich will das mal sehen. Ich hab das noch nie von der anderen Seite gesehen. Los. Das geilste ist aber, was... Chris ist voll, aber... Was? Das ist irgendwie fail. Was ist fail? Was tue ich denn hier? Kriegst du auch grad unten durch. Genau das hatte ich nämlich auch gemacht. Wir spielen erstmal auf dem Klettergeruch. Warte. Ich will hoch. Da, jetzt kann ich hoch. Na, look at me. Ja, ey, look at you. Hui. Guck mal, kann man hier was anderes? An der Stelle? Ich glaube, man kann nur das hier... Ne, hier kann man nur rennen. Nein! Nein! Warte mal, das wird das Thumb. Ne, warte mal, bleib mal so. Bleib mal so. Wie ich da sitze. Nicht ernsthaft. Was ist das meins? Ich weiß auch nicht, eigentlich. Ich will da auch drauf sitzen. Du musst hier stehen und dann kommt so ein Gucken. Du musst ruhig stehen bleiben. Geht's jetzt bei dir? Nö. Ich hab nur diese drüber springen Option. Boah, jetzt hast du grad ein bisschen gelangt. Oh, du lagst auch grad. Was ist denn? Du lagst auch grad. Was ist passiert? Ich weiß nicht, vielleicht der TS? Neun! Boah, mach du nochmal. Geht's jetzt wieder oder ist immer noch kaputt? Ein bisschen lagst du noch. Probier du nochmal. Ey, wieso kannst du das? Alter. Nicht ernsthaft. Aber das Regen im TS ist jetzt grad ein bisschen mies. Ja, das ist grad ein bisschen ungünstig. Oh, fuck uncool. Warte mal. Oder kann Pierce das gar nicht. Ne, so ein Scheißdreck kann nur Chris anscheinend. Ich glaub... Ne, anscheinend kann ich's nicht, weil sonst würde ich ja die Option dafür kriegen. Ich krieg aber nur die drüber springen Option. Also du darfst nicht zu nah dran... Also, ich weiß auch nicht. Moment, ich darf... Och, Schweinerei. Alter! Alter! Oh, ich will aber jetzt auch wippen. Äh... Ne. Das ist komisch. Ich kann... Also, zum Beispiel bei mir ist es, ich kann nur von der Seite drüber springen. Von der will er automatisch rauf. Von der will er automatisch rauf! Warte, dann probier ich's mal von der... Ach, ich bin interessiert in das. Na komm dann, lass mal rennen. Es hat sich ja wieder beruhigt, ne? Mit dem... TS. Ja, Gott sei Dank. Ja, liebe Zuschauer. Also, jetzt habt ihr mal gesehen, was für'n Schwachsinn, äh, Chris hier macht. Ja, echt jetzt? Aber nur Chris, der Pierce nicht. Der Pierce hat es erwachsen. Na, ich find auch noch... Schade, dass wir nicht noch wippen können. Das wär so geil. Hier müsste noch ne Wippe sein, ey, ohne Scheiß. Wie wir immer das Tor anfassen, so patsch. Ja, ne? Patsch. Hier ist Blut. Komm, jetzt ein Bosskampf. Jetzt ist es wieder kaputt. Ja. Oh, no. Jetzt bist du komplett weg. Nee, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ja, wollen wir ganz kurz hier mal, äh, gucken, was da los ist. Ja, wir machen mal einen Cut. Ja? Bis gleich, Leute. Bis dann. So, da sind wir wieder. Unsere halbe Mannschaft ist, äh, davongerannt. Tja. Wieso verrecken, die Arschläche? Wir wissen nicht, was das war. Das ist manchmal einfach so. Weil das so sein kann. Genau. So, und wir jagen immer noch dieses komische Wesen. Ja, diese Schlange. Ich hab's, äh, Spoiler doch nicht. Ich hab's aber gesehen, dass es eine Schlange ist, Andi. Das ist nicht gespoilert. Das hat man gesehen. Das könnte auch ein Maulwurf gewesen sein. Nein, das war länglich und glitschig. Und hatte so eine Zunge. Und dann hat's die anderen da mitgenommen. Den einen. Ja, den einen. Am Arm. Gepackt. Das geile schlängelnde Luder. I, I shoot you. I shoot you too. You, I, I shoot you. Hä? What bad ass Chris. Guck mal, wie schön wir beide das Ding zertreten. Du. Oh nee, ey. Du. Das gefällt mir nicht. Oh, oh. Ähm. Danke. Oh, ist noch nicht tot? Blöde Mist-Sau, ey. Wir sind dort, der Kuh. Blöde Mist-Sau, ey. Äh, das Spiel macht uns auch gar nicht aggressiv. Nein. Halt jetzt endlich die Schnauze! Was hockt der hier in der Ecke? Was hockt der da? So. Lass ihn doch den Arm Emo. Der Emo. Ho, 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 ho. Fist beat, first beat, fiss beat, fiss beat, fiss beat, fiss beat! Aha. Hey. Wo? Hihihi. Scheiße, wieso das? Granate! Lass dich... Ich schmeiße eine Granate, wenn ich das hinkriege. Warte. Äh. Das schockt von mir oben. Ach so, das bist du... Hinter hier. um macht der geil war gut wie ich hier komme hallo meine güte die sind ja heute alle schlecht drauf so eine scheiße hat denn schon mal jemand an die kinder gedacht oder chef immer schön in die fresse ach du kacke was hat der denn er hat ja so eine kleinigkeit im gesicht zu hängen ist kaum zu sehen keine sorge auch nicht schon wieder du musst auf diese kleinen ach du fuck okay ich bin voll geschleimt du hast mich voll krass gerettet das sieht immer so entspannt aus wenn ihre schrotflinten nachher also ach ja das mache ich jeden tag schrotflinten an die was tust du da beruhige dich du kackstück scheiß bekacktes drecks misst für nämlich gleich die andere waffe ich muss ja wohl mit taktik kenne ich nicht man das essen taktik ist das was man warte hat uns bekanntlich immer schief geht schreiten der so meine schotter meine meine sniper in die fresse gekriegt hat deswegen schreit er aber deine schotter deine schotter meine schotter was war das denn was sollte das denn das erste hilfe ist mir erst genommen ja wenn wir das einer von uns steht ja ich habe mich gerade erschrocken hier ist ja moni 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 ist immer so geil bei mir sehen sie bei mir sieht es so aus ob ich dir eine leere fläche zeigen und sage da ist was so jetzt hier ach ne warte 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 Ich muss das mal kombinieren. Jaja. Schnell! Ich hab jetzt 14 Heilungen. 14 Tabletten! Was? Du hast 14 Heilung? Jo. Boah! Oh, 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 oh. Das Bild sieht auch komisch aus. Also bei mir war grad ein komisches Bild. Bei mir war da kein Bild, bei mir war schwarzer Bildschirm und irgendein Text. Oh. Oh. Da brennt es schon wieder. Ach was. Sie leben. Sie verschwanden vor sechs Monaten in Edonia. Ist das ein Mysterium, was wir lösen können? Nein. Der sagt so komisch Käpt'n. Käpt'n! Komm mal mit. Nee, warte, das ist falsch. Wo? Hier irgendwo war eine Waffe. Glaube ich. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Autsch! Mach ich doch, mach ich doch. Ich hab' den eigentlich runtergeschossen. Machen wir doch, machen wir doch. Besser. Ja, okay. Ausnahmsweise. Weil heute Freitag ist. Ja. It's Friday, Friday. Um Gottes Willen. Jetzt wird's peinlich. Quatsch. Peinlich ist es nur, dass du schon wieder weg bist und ich komm auch nicht weiss, wohin. Ach da. Was machen wir jetzt? Schieß einfach auf alles, was dich bewegt, außer den Helikopter. Alter, aber im Helikopter ist was, was auf mich schießt. Ja, deswegen baller ich ja da in diese Richtung. Komm mal hier runter. Was, unter deiner Decke? Wo bist du? Wo bist du? Na unter dir. Ich bin direkt unter dir. Ach so. Wechsel mal die Waffe, jetzt reicht's mir. Ich hab's gerade schön. Ja, ich hab's ja auch gehört. Ich hab's ja auch gehört. Was denn? Weil ich grad, wo's hingeht. Ach, ihr seid gar keine... Fuck! Shotgun! Bum! Oh shit. Bum! Das war cool. Ähm. Das war vielleicht eine beschissene Idee. Hilf mir! Aua! Sieht aus, als ob er dem einfach nur mit der Faust eins in den Brustkorb haut. Und hofft, dass er endlich stirbt. Ich geh wieder hoch. So, ich hab mich einmal geheilt. Okay. Oh fuck, Andy! Hier ist ja so ein Typ. Okay, der ist tot. Warte, ich probiere. Auf was schießt man bei denen am besten? Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich glaub immer, das ist was rotes. Oder auf den Kopf. Das tut's auch. Ach, die Weiße kommt glaub ich ja später, die wir jetzt hier kriegen können. Na, Spoiler, Spoiler. Fuck it. Okay, auf den Piloten kann man nicht zielen. Nee, das bringt nix. Immer nur auf diese komischen Grashüpfer. Die Grashüpfer des Todes. Alter! Alter! Was soll da... Was? Alter, ich hab hier null Deckung. Komm jetzt mal hier ran. Mal ran, ihr rutscht auf einen Zentimeter. So. Werde massakriert. Haha. Kriegst du die hin? Ja, ja. Aua, aua. Wieso treffe ich den nicht? Das ist ja unglaublich. Jetzt aber, nachher geht's doch. Samar. Ich fühl mich bei dem Spiel aber teilweise wie beim Morgon. Das gibt's nicht. Wo bist denn du? Das... Warte, ich gucke, wo du bist. Komm. Unter dir. Ich bin immer noch unten. Ich treff den nicht, ohne Scheiß. Wem? Den Grashüpfer auf dem Heli. Was? Ich ja. Geil, kannst du dir was kaufen von? Du bist immer zur Seite. Oh, fuck. Ähm... Jetzt wärmer aggressiv. Jetzt reicht's. Au. Der lebt noch. Der labt noch. Ist er tot? Jetzt. Aber ich glaub schon. Ah, ich guck mal ganz kurz. Helfen Sie Sherry und... Das ist unsere Aufgabe. Was machen... Sag mal, kämpfen die da? Was machen die da? Ach, guck mal. Jetzt müssen wir wieder hoch. Also ich geh hoch. Ich probier immer noch den Grashüpfer zu kriegen. Das gibt's nicht. Das verbuggt. Das kann doch nicht sein. Ganz ehrlich. Ich geh gerade voll eins auf dem Deckel die ganze Zeit. Wo geht's denn? Wieder hoch? Ach, hier geht's hoch. Och, das gibt's nicht. Mensch. Mach schneller. Oh, Chris. Du bist so eine Memme. Das ist Chris in Ruhe. Der kann auch nichts dafür. Das ist der Letzte. Ach. Oh. Bumm. Jane. Der Heli zieht sich zurück. Ja, besser ist. Doberfutt. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Oh, ich will da nicht hoch. Ohne Hilfe werden Sie nicht überleben. Wir rücken ab. Los geht's. Wir rücken ab. Jetzt geht's. Ich bin nämlich langsam echt müde, weißt du. Was, du bist müde? Nein. Ich wollte gerade sagen, raus. Hörst du jetzt schon? Asi. Mach mal sowas vor. Wir müssen doch mindestens die Kampagne hier durchspielen. Ja, auf jeden Fall. Am Stück, am Stück, am Stück. Am Stück, am Stück, am Stück. Mit Fußbiet, Fußbiet, Fußbiet. Das ist wieder so doof. Wieso? Am Stück, am Stück, am Stück. Dum 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 dum. Also diese Leiteranimation ist voll tämlich. Klick, 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 klick. Hier ist ganz viel Zeug zum Einsame. Oh ja, das heißt kommt Bosskampf. Das meiste sind Beschätze. Okay, dann kommt doch kein Bosskampf. Hier gibt's ne Waffe. In 14 Metern. Da liegt die Wehr. Da sind nicht 14 Meter weiter. Hier geht's rechts hoch aufs Dach. Hier, Granatenwerfer bist du oder so. Wir können das doch beide nehmen. Oder? Okay, hast du schon? Ich hab's jetzt genommen. Ach da, so, jetzt hab ich sie auch. Geil. Hä, wieso hab ich jetzt ein Erste-Hilfe-Spread in der Hand? Ach, ich hab den falschen Linksbums gedrückt. Wo ist den Heli, Rup-da? Äh, Rup-da. Rup-da-da, Rup-da-da, Rup-da, Rup-da, Rup-da-da. Scheiße, daneben, ich bin so unfähig. Du bist so unfähig, Mann, was machst du da? Ich geh jetzt hier aufs Dach und dann mach ich alle fertig. Okay, ich komm mit aufs Dach. Kann ich noch gar nicht drinnen. Au. Ähm. Ähm. Äh, das wird nix. Ich schaff das nicht, dich zu retten. Ich hab mich grad selber getötet. Und um die Wahrheit zu sagen, ich hab mich auch den, der Hit, der Niederschlag, das war auch meine Schuld. Der, der war zu, ich hab mit dem Granatwerfer draufgepratzt und der war zu dicht dran. Ich hab das abgekriegt. Boah, jetzt hat's grad gerückelt bei mir. Wie soll du? Achso, hast du die Uhrzeit im Auge nebenbei? Ja, also wir sind schon so ein bisschen drüber, aber wir hatten, ich hab, ich hab nicht Stopp gemacht. Also wir müssen, wir sind nicht über der normalen Zeit auf gar keinen Fall, aber wir sind's. Ich hab auch nicht Stopp gemacht. Äh. Und wenn doch, dann müsst ihr mir damit leben. Machen wir noch fünf Minütchen. Und dann ist auch gut. Ja, ja, wir machen das hier noch zu Ende. Hab dich! Ich hab ihn auch, ich hab ihn auch. Hab dich! Hab dich! Okay, der war daneben. Kann das auch entliegen, du Assi! Oder halt auch nicht, ne? Oh, scheiße! Andi, du bist halb tot! Was? Gar nicht wahr? Oh! Oh! Der Helian, der war ganz schön bumms, hm? Jetzt! Nein! Jetzt! Nein! Gut, dass wir beide so ein Teil haben. Hast du getroffen? Äh, du hast jetzt die letzten Schüsse gemacht. Ich hab gar nichts, äh... Achso, ich bin so ein Held. Ey, hab ich auch ein paar mal mitgeballert. Und ich hab auch ein paar mal getroffen, aber nicht jetzt den finalen. Das war von dir. Wie gesagt, ich bin so ein Held. Lass dir doch still! Bedankt euch gefälligst, ihr Assis. Ja, dann sagt er halt nix. Tschüss! Schießen wir ihn ins Bein. Hör auf deinen Boss, Junge! Oh, Chris ist so ein Agro. Chris ist richtig Agro. Der war früher ganz nett. Ich lasse Aida nicht so davon kommen. Oh! Und heutzutage... Ja? Moment, ich lass dir jetzt mal. Und heutzutage ist er Alkoholiker und hat epileptische Anfälle! Was? Sag mal, kann ich... Ach, ich hab keine andere Munition. Ich lab mal nah. Ja, ich hab auch grad noch geguckt. Boah, jetzt hab ich einen Schuss der Sinnlos im Weg rumgeplürgt. So. Aber wir sind... Wir machen jetzt hier... Was tust du da? Nix! Nochmal gucken! Du hast mir die Eier getreten. Stimmt doch gar nicht! Okay, Leute. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Ich guck ganz böse! Du guckst ganz böse! Tschüss! Tschüss! Tschüss!